Die Seelen sind jetzt halt da unten, ne? Das ist natürlich übelst scheiße. Was ich machen könnte ist, die Seelen joinken und dann abhauen. Ja, ich hab's schon entschieden. Jetzt keine andere Wahl. Oh ne, ich muss aber die Dutschießen dann. Ich muss ganz viel jetzt bedenken. Kann ich das benutzen? 100.000 Seelen will ich, aber ich will halt dann irgendwie hier auch wegkommen. Wenn ich da jetzt rausrenne, dann schießen die mich ab. Den Sprung zuerst probieren. Weil wenn ich eh da runter will. Aber hier müsste ich dann rennen. Ich muss irgendwie einfach rennen und springen, ne? Aber wo ist der Punkt sozusagen? Gefühlt so. Nicht da nachdenken! Nein, ich hab nicht... Ich bin nicht gesprungen. Joink! Wann schießen die? Wann schießen die? Ja! Ja! Oh! Du nicht. Ja! Au. Aua. Aua, 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 aua. Ah! Poisson, Poisson. Ah, ich hab das Ding nicht dafür. Ich hab das Zeug nicht. Ich sterb. Ich hab kein... Ich kann nicht ins Menü. Ich Vergessen 100.000 sehen, Ja, die kommen nicht, ich ich habe ich potion Nós habe ich nicht Was ist gegen Poison? Habe ich nicht. Oh mein Gott. Ich habe es gerettet, aber... Ich habe es... Nein! Der kommt hier rein. Oh. Ich muss nur die Leiter hoch. Die anderen müssten noch hier sein, diese Dudes, oder? Die sind doch da! Alle! Das ist eine Party, Alter. Und ich bin nicht eingeladen. So viel ist klar. Diese Leiter schaffe ich nie im Leben, oder? Das wäre so hart. Let's go! Kleiner, so schnell du kannst! Nein!